Ich möchte nur mal klarstellen, dass ich nicht der Reiseführer bin. Außer meinem Kamerateam begleiten sie mich freiwillig. Haben sie mich verstanden? Was ist hier los? Tugan, warum haben sie das getan? Keto. Keto hat das. Oh nein. Was hat ihr Vater eigentlich gemacht auf Keto? Er wollte dort ein kleines Lazarett unterstützen. So, ärztliche Versorgung für Einheimischer. Die blaue Mission. Okay, dann kann es ja losgehen. Versuchen Sie jetzt bitte Kontakt zu der blauen Mission aufzunehmen, damit ich ruhigen Gewissens behaupten kann, alles erforderliche geprüft zu haben. Wir bekommen übrigens Besuch. Antin, ich möchte, dass du unsere Gäste abholst. Ich war leider machtlos. Gib Bescheid, dass man sie hinausbringt. Und dann fließt du, läufst weg von hier. Hast du verstanden? Sie haben eine Waffe? Ja, was glaubst du denn, wo wir sind? Und jetzt entspann dich mal wieder. Hilf sie mir. Hilf sie mir. Ja, was ist passiert? Wir sind von Kalibe 1 angegriffen worden. Sie, sie haben Sanna. Wir müssen sie befreien. Und der Komiker ist wahrscheinlich noch ein Woller. Ich bin wegen Dr. Karst hier. Es gibt Filmaufnahmen von Sanna Leiche. Und deswegen bin ich hier. Filmaufnahmen? Ja, zufällig. Und auf Kito. Man sieht, wer von, sagen wir, Kannibalen verzerrt wird. Scheiße, was war das? Scheiße, jetzt holen sie uns. Die Toten steigen aus den Gräbern. Sieh doch selbst. Die Toten steigen aus den Gräbern. Verdammt. Okay. Mir reicht's. Kann ich immer Tor holen? Nicht! Nein. Womöglich sehen wir, wie Menschen verspeist werden. Ich hoffe, dass wir in sie objektiv dokumentieren können. Deswegen sind wir hier. Willkommen auf Kito. Kito. Zombies und Kannibalen.